Hallo, das ist Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon-Modem-Mizer-Anastark-Challenge. Das hatte ich schon vorgelesen. Drei Jahre ist es her, da hatte ich eine Vision. Von deinem Erscheinen. Du möchtest meinen Orden haben. Ich mag kämpfen nicht, aber ich muss als Leader einer Arena und Wichter der Orden gegen jeden kämpfen. Ach, egal, komm. Kämpf doch einfach gegen mich. Klar. Hallo. Sabrina, hallo. Nummer drei Pokémon. Im Gegensatz zu deinem Vorgänger, Major Warp. Ich denke, mein Level von deinen Viechern hat angezogen, ne? Im Gegensatz zu... ...seinem. Ich weiß nicht, welcher Reihenfolge ich die Viecher eigentlich töten muss. Oder welcher Reihenfolge ich die Städte eigentlich abgeben muss. Ich weiß es wirklich nicht. So. Togepi! Ja, bleib mal draußen. Lassen wir ran. Level 50? 48? Oh, 46. Voll das gefährliche Togepi, Mann. Irgendwie habe ich Hunger. Ich sollte mir gleich mal was zu essen holen. Nach der Folge. So, und ne Schüssel und ein bisschen Milch und ein paar Gornflakes. Und ein bisschen Müsli hier hinzuweiden und dann nam 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 machen. So. Ähm. Ja, jetzt soll ich das Gucken und auch wechseln. Denn das ist eine... Oh, lass den Kampfpsychotagen, wenn ich dich hab, ne? Egal. Egal. Bin ich jetzt wahnsinnig, das ist nur Nasslock. Oh Gott, das ist die Stärkste. Okay, Noob. Ich vertraue dir. Genau. Erstmal würdest du schneller. Und jetzt vertraue ich dir, dass du es tötest. Bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Danke. So. So, jetzt voll Fragfab. Sehr schön. Ja, das ging schnell. Deine Stärke. Ja, okay, komm. Ja. Komm, gib mir den Orden. Dimm, dimm, dada, dada, dada. Dimm, dada. Mhm. Ja, okay. Mhm, danke. Mhm, 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 ja, mhm, ja, mhm, ja, mhm, ja, komm. Dann möchte ich wieder zurück. 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 Äh, da halt noch. Ja. Klar, Rückweg geht ganz schnell. Immer. Okay. Da war ich drin. Was ist das hier? Ach, da kann ich weiter. Und was ist denn das hier? Zug. Okay. Dimm, dada, damm, damm, damm. So. Route 5. Hier darf ich noch was fangen, das ist doch nur Route 6. Oder? Moment. 5. Und ja, ich darf was fangen. Ich darf etwas fangen! Wee, 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 wee. Ich möchte gerne ein Pokémon vorwechseln. Ich hätte gerne Fiona schon am Start. Ach ja. Komm her. Dimm, dada, 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 dada. Das habe ich schon. Das heißt, ich darf mir ein neues Pokémon suchen. Was wir diese Situation auch nochmal erleben. Und zwar wirklich richtig erleben. Und nicht, dass ich sage, öh, das habe ich schon. Wenn ich das aufgetaucht wäre, hätte ich mir ein neues suchen dürfen. Sondern, ja, es ist gerade passiert. Wir dürfen uns ein neues suchen, weil wir das schon haben. Dada, 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 dada. Das haben wir hingegen noch nicht. Oh, es ist so niedlich. Habt ihr gesehen, wie ich so bei das Auge... Ah! Ähm. Ja, bitte einmal einschläfern. So, jetzt schläft es. Dann werden wir es doch mal fangen. Oh, Trappal. Schwupps. Reiner. Ja. 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 Willkommen bei uns, liebstes Sandern. Muss mich schnell. Dada, 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 dada. So. Ja. Du bist der... Hm. Pfff, Gott, wie bist du? Du bist, hey. Weil ich es kann. Ende. Ende. So, jetzt müssen wir hier wieder ganz runter. Würde wir rauskommen. Hi, da drin gibt es eh nichts interessantes. Jetzt da hoch. So, wir haben es. Hey. Der ist ein Mark, der uns nicht interessiert. Der Fahrradladen randt. Oh, der ist sogar zu. Auch nicht. Wir können sogar gleich in die nächste Arena. Ja, warum nicht? Good evening. Du bist spät. Willkommen. Pokémon Center. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Danke. Bla, bla, bla. Hallo, ich muss... Danke. Tschüss. Olle Trute. Hi. Männers Willen. Bla, bla, bla. Okay. Das wollte ein Super, glaube ich, da steht diese kleinen Fledermaus da. So. Nächste Arena, oder? Die ist... Oder ist hier keiner, ha? Natürlich, hier ist keiner. Da war ja was. So, dann doch noch nicht die nächste Arena. Na? Ja. Gut. So, was ist hiermit? Keine Ahnung. Kann ich da hinten rein? Ja. Ich hab keine Ahnung, wo. Aber hier muss irgendwo ein Sonderbonbon rumliegen. Hoffe ich. Irgendwie hab ich das Bedürfnis, hier unten erst nachzugucken. Wetten, hier liegt überhaupt nichts rum. Und ich verschwende jetzt nur unnötig eure Zeit. Ich wette mit euch. Oh yeah. Was sagst du mir eigentlich, mein Lieberherr? Der used to be a.k.a. für der Tartar-Puffer-U-Mark. Was zur Hölle? Mein Itemfinder ist responding. Oh Gott, ich dachte schon, was ist denn jetzt los? So liegt hier doch ein Sonderbonbonbon, sag ich doch. Hm. Na. Gucken wir mal auf der grünen Fläche hier. Na? 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 Komm schon. Komm zu Mami, Sonderbonbon. Komm zu Mami. Zu Mami. Zu Mami. Ach, bitte. Also, gleich ist es mir ziemlich wumpy. Ob da jetzt ein Sonderbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbon Hier ist kein Sonderbombo, der verarscht mich. Nee, hier ist nix. Guck mal. Ich hab jetzt jeden Scheiß abgesucht. Abgeklickt. Der hat gewarscht gar nicht mich. Auch selber. Nein, ich möchte nicht telefonieren. Nein. 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 Nein, ich hab nein gesagt. Geh weg. Fui. Bäh. Bäh, bäh, bäh. So. Nee, keine Lust mehr zu suchen. Bin frustriert. Oh Gott, die Nugget-Brücke. Auf der niemand draufsteht. Okay. Ah, das ist Rote 25. Das ist 24 da. Ja. Huch, da kann man ja einfach rüber. Dann suchen wir uns noch ein Pokémon. Man kann ja nie genug davon haben. Vom Pokémon, die auf der Box gammeln. Das hab ich schon. Danke. Komm, siehst du? Hab ich schon. Wir suchen uns gleich ein Pokémon. Gibt's hier nicht irgendwo ein... Eie, ja. Komm, da ist ein Busch. Der ist so auffällig. Da muss eins sein. Ist nicht wahr. Ich hab keinen Platz für eine... Ach, egal. Oh Gott, Trainer. Nein, ich will jetzt fangen. Ja. Ich bin eine Frau. Ich weiß. Keiner versteht, warum ich das so und so mache. Ich versteh's doch selber nicht. Bitte kein Du-Flur wieder. Oh, Frid! Oh, Mann. Frid! Das macht mich traurig. Sehr traurig. Ach, komm schon. Moment. Ups. Ah, wartet. Wie übel ich das denn so? Nein. Ein Lampi. Na danke. Etwas, dass wir fangen dürfen. Damit wir noch mehr... Elektro-Pokémon kriegen, oder was? Ich meine, das war so Elektro, oder? Probieren wir es einfach mit dem Ball. Ultraball. Funktionierbar. Ja, 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 nein. Fast. Nur männliche wieder weg ist. Das ist schon wieder ein Mann. Wow, von nur Frauen sind wir jetzt in... Äh, nur Männer übergegangen. Über die Zeit. Das ist echt interessant. So, mein liebstes Lamp... Hallo. Würdest du bitte drin bleiben? Komm schon. Bitte. 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 Nein, ich wollte schon Danke sagen. Du verarschst mich hier, hä? Habe ich recht? Du verarschst mich hier, nach Strich und Farben. Komm, wenn ich nur noch 35 habe, dann lasse ich es sein. Nö, die brauche ich bestimmt nochmal. Aller. Hm. Oh, jetzt komm schon. Ja, verwirr sie ruhig. Ich werde dich eh nicht angreifen, mein Liebes. Ultraball. Ich muss jetzt noch mal meine Jacke auf dich anhaben. Ultraball ist mir gar nicht mehr so kalt hier im Raum. Ich habe mir nämlich eine Jacke an der Decke mit rübergeschleppt, wenn man so kalt war. Okay, also langsam wird es echt lächerlich. Komm. Sein, liebes Lampi. Komm schon. Geh, du bist eine coole Farbe. Ja, findest du denn? Dann findest du dich selber uncool, ja? Ja, komm, einen versuchen und dann tötest du. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust drauf. Da habe ich Besseres zu tun, als mich damit abzufinden, einen Lampi nicht fangen zu können. Ja, komm. Tschüss. Pech gehabt, Lampi. Dann halt nicht. So, Fiona. Du darfst kämpfen. Wir kämpfen sechs von uns Trainern und gewinnen einen super Preis. Mhm. Dann mal gucken, ob ich das noch in dieser Folge schaffe. Müsste ich eigentlich... Okay, ähm, könnte... Könnte... Okay, wenn ihr nur ein Pokémon habt. Wildhunk. Okay. Könnte machbar sein. Paddle Dance. Das machst du da bei? Ich mach Paddle Dance. Das ist viel cooler. Und... Verdammt, es lebt noch. Bald ist das Geduld. Noch egal, es ist jetzt die Tod. Tschüss. So. Fehlchen, hast du gut gemacht. Bestellte auf dich. Doodley was defeated. Oh wow. Gut gemacht, danke. Weiß ich. Hi. Ich bin die Zweite. Na, jetzt wird es... Ernst. Zwei Pokémon. Ja, interessant. Der letzte Satz extra was. Hi, Despotar. Level 30, okay. Und weiblich. Interessant. Ich hatte ein Level 100 Despotar auf meiner allerersten Crystal. Und ein Level 100 Begania. Und ganz viele andere interessante Sachen. Und dann wurde ich mir geklaut. Und dann musste ich mir eine neue Amazon bestellen. Jahre später hab ich das dann getan. Und, ja. Und ich hab mir nie wieder ein Despotar gefangen. Und ich weiß nicht, wieso. Ganz draußen, dein 400 Rainbow Ride ist keine... Gefahr für dich. Oh, Göttchen. Das ist... Das ist so wie Drachenbuddy, dieser Tage. Kann das sein? Erst ein paar Mangas und dann irgendwann verwirrt sein. Solltet ihr eine Art, die Verwirrungsbehörde zu stecken. Aber solange wir zwei Pokémon hintereinander sind, ist nicht das Problem. Ach, wie könnte ich nur verlieren, ja. Indem du verloren hast, meine Liebe. Hi. Du bist Nummer 3, richtig? Hier ist Nummer 3. Es wird hier einfach... Also, so wie es aussieht, schaffen wir die alle noch. Wäre zumindest schön. Schuljunge Joe möchte kämpfen. Hi. Das wird schon etwas blöder für Fiona. Aber Fiona kann ja immer noch zerschneiden. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Gut. Aber dann kann er von mir aus das hier abkriegen. Das wird sein dazu Meryl töten. Dafür wird sein Smart Booker noch die gleiche Attacke gleich abkriegen, was mich ein bisschen nerven würde, aber gut. Oder ich wechsle jetzt einfach. Lassen wir Oskar mal? Ja, finde ich auch. Ja, komm, wir lassen Oskar auch mal was. Oskar, guck mal, du darfst auch. Du darfst Schmetterlinge töten. Wie wär's? Schmetterlinge töten? Ich dachte, die sind nur hübsch und Gätzchen haben keine Masse. Oh, die haben Masse. Wenn wir sowas gegen die Scheibe klatschen, hat das Ding auch Masse. Ist bestimmt total ekelhaft, will ich nicht haben. Gut, dass ich kein Auto besitze und kein Auto fahren kann und auch nie Autofahren werden möchte, ich brauche keinen Führerschein, Ende der Diskussion. Kein Geld, kein Bedürfnis, ich hasse Autofahren. Ah, so wieso. Oh, so wieso. Sehr gut. Sehr gut kommentiert. Heute kommentieren wir in dem Stil also so, oh Gott, nein, zwei auf einmal. Ich bin Nummer vier, bist du müde? Nein, Porno-Prinzessin, ich werde nicht müde. Wie komme ich jetzt auf Porno-Prinzessin? Ich habe keine Ahnung. Göre Laura möchte kämpfen. Hallo! Ja, hallo, kleines Vieh. Fiona, du weißt, was du zu tun hast. Ich vertraue dir vollkommen. Ja, das ist so der Fiona-Weg, wisst ihr? Fiona kämpft sich jetzt den Weg zum Glattschstein, ich glaube, den kriegen wir nämlich da hinten. Hoffe ich zumindest. Hm, keine Ahnung, was das ist. Mantags. Okay. Ja, Fiona, mach mal weiter. Ich habe einfach keine Angst wegen dem Level von den Viechern, ganz ehrlich. Könnte ich jetzt nicht im Plagate und schon im Glück gegenüberstehen und ich würde erst dann auswechseln, wenn ich es sehen würde. Wahrscheinlich, also. Guck mal, Fiona, 52, komm schon. Geil. Was hast du noch? Ja, dann hol mal deinen Schluck raus. Ich würde Schluckuck schon sagen. Das gibt es hier aber noch nicht. Fiona ist konzert. Hey, der, 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 Fio. Fiona, was soll denn das? Komm schon. Fiona. Ah, danke schön. Ach ja. Habe ich euch schon von meinen letzten EV-Pokémon erzählt? Bestimmt habe ich euch von meinem Metagross erzählt, meinem Brutalander und beinahe meinem neuesten Aquana. Dass ich auf Kühen, mit Kühen genommen habe, statt mit Hitzig. Äh, nicht Hitzig, ja Mäßig, Entschuldigung. Komm ich denn auf Hitzig? Hä? Hitzig bei einem Aquana, alles klar. Hi, das war so klar, dass du jetzt angerannt kommst. Okay, ich bin Nummer 5. Ich werde dich stoppen. Stomp, keine Ahnung, was stomp ist. Anstupsen, wegbomzen, Burger mit dir spielen. Das ist das Piraten. Die Eftel von euch hat keine Ahnung, was Burger ist, oder? Oh, ein Nidoran, weiblich. Es ist weiblich. Burger ist, wenn man in, ja Gott, der 8., 9., Klasse 10., das ist nicht, wie lange man das noch gemacht hat. Oh mein Gott, da ist jemand auf den Boden gefallen, mein Fußball ist wieder so schnell, schmeißen wir uns alle auf ihn und Burger in ihn tot. Ja, das nannte man Burger bei uns. Das fand ich interessant, also als Mädchen hast du einfach nur zugeguckt, hast du da denkst dir so, ha, ha, Rani, schon wieder hingefallen, ha. So, hier etwas, das auf unsere Box möchte, nicht so wie dieses Lampi, das nicht mitwollte. Fuck. Ist es Level 10, okay. Also, wenn es jetzt nicht im Ball bleibt, wird es eh explodieren. Von dem her. Gut. Ich werde es aber auch, glaube ich, selbst wenn ich es fange nicht, ich will nutzen. Hi. Willkommen. Äh, äh, bei uns. Ah, du hast kein Geschlecht, das ist schön. Äh, ja. Du bist ein, ähm, äh, du bist der Big Ball. Wo ist das E da? Big Ball. Du bist der Big Ball. Ende. Sehr schön. Wir haben Big Ball gefangen. So, weiter geht's. Du bist der Letzte. Ach, da ist er noch. Hä? Ich dachte, ich bin die Letzte in der Linie. Aber ich sag dir, ich bin tough. Oh, interessant. Stark. Stand er, glaube ich, eigentlich egal. Big Ball. Shannon. Hallo, Shannon. Dies ist ein Tragosso. Ein Tragosso ist eine schlechte Wahl gegen Fiona. Denn unser herzerliebstes Fiona zeigt dir mal, was sie mit kleinen Tragossos so anstellt. Bäm. Gut, nicht? Tschüss. So, was hast du noch im Angebot? Äh, Zaptos. Äh, ja, komm. Äh, Zaptos nimmst du, dann nehme ich mal Norb. Hallo, na? Ach, Zaptos hat kein Geschlecht und so. Nein. Norb, du würdest jetzt bitte mal Steinchen nach diesem Ding da werfen. Äh, eh, ein Zaptos. Das war eine Steine. Ja, hast du gut gemacht, Norb. Hast du sehr gut gemacht. Okay, Norb ist 52. Das ist schön. Ist noch was im Angebot? Quilaya, komm, bleib draußen. Das ist niedlich. Pass auf. Ah. Weil wir kriegen echt nicht das andere zu sehen, ne? Steinwurf. Wir haben noch ein paar Chancen, das zu sehen. Das wäre schön, wenn wir wirklich mal alle Pokémon gesehen hätten. Ja, auch so ein Dreck wie Carpador. Äh. Wie gesagt, wir haben ja noch Chancen. Ah, ich hab da oben ja auch gar nicht geguckt, was es dann für andere Pokémon gibt. Hö, hö, mach ich jetzt. Schnee, wui. Zucker direkt in eins, wein' Brand. Okay. Dich will ich nicht. Ein Lampi wieder, okay. Ne, dann ist uninteressant. Ähm. Ja, gut, Leute. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir die netten Herren hier ansprechen von der Seite. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.